Es war einmal ein Fledermaus, die hatte nicht alle Tösten im Schrank. Das dachten die wilden Tiere. Es begann, als die Fledermaus zum ersten Mal bei ihnen auftauchte. Die weiße Eule wollte sie mit einem Geschenk willkommen heißen. Ich hätte gern einen Regenschirm, dass meine Füße nicht nass werden, sagte die Fledermaus. Ein Regenschirm ist dazu, dass der Kopf trocken bleibt, nicht die Füße, flüsterte der Elefant. Dummer alter Fledermaus. Jeder kann mal einen Fehler machen, sagte die Ziege. Also schenkten sie der Fledermaus einen Regenschirm. Aber da sagte sie wieder etwas sehr Seltsames. Sie sagte, ich freue mich, dass ihr mir einen Regenschirm geschenkt habt. Unten am Himmel sehe ich eine große schwarze Regenwolke. Dumme alte Fledermaus, kicherte die Giraffe. Der Himmel ist oben, nicht unten. Dann sagte die Fledermaus noch etwas Komisches. Wenn es ganz viel regnet, steigt der Fluss und meine Ohren würden nass, sagte sie. Ich könnte einen Regenhut aufsetzen, aber der würde nur nach oben ins Gras fallen. Das Gras ist nicht oben, sondern unten. Murmerte das Nase. Mittlerweile dachten alle willen Tiere, die Fledermaus sei völlig plem plem. Also rannten sie los, um es der weißen Eule zu erzählen. Die Fledermaus hat einen Knall, die ist total verrückt, sagte der Elefant. Die Eule schaute nachdenklich vor sich hin. Dann sagte sie. Ich werde der Fledermaus ein paar einfache Fragen stellen und entscheiden, ob hier jemand den Kopf untersucht haben muss. Also ging alles auf Fledermaus. Frage Nummer 1 sagte die Eule Wie sieht ein Baum aus? Ein Baum hat ganz oben einen Stamm und ganz unten Blätter, sagte die Fledermaus. Siehst du Eule, die Fledermaus ist blöd, lachte die Giraffe. Ein Baum hat den Stamm ganz unten und die Blätter ganz oben. Das war sogar ich. Frage Nummer 2 sagte die Eule Wie sieht ein Berg aus? Ein Berg hat oben ein flaches Stück und ein spitzes Stück hängt nach unten, sagte die Fledermaus. Die dumme Arte Fledermaus, das spitzende Stück eines Berks, ran nach oben, nicht nach unten, sagte die Ziege. Wie weiße Eule, sagte nun so ein Röntes Tier. Frage Nummer 3 Habt ihr jemals versucht die Dinger so zu betrachten, wie die Fledermaus sie sieht? Die Eule ließ sie alle Kopf über an einem Ast hängen, genau wie die Fledermaus. Oh, sagte die Ziege. Die Fledermaus hatte recht. Wenn man es so sieht, hängt das spitzende Stück eines Berges tatsächlich nach unten. Und der Baum hat ganz oben einen Stamm und ganz unten die Blätter, sagte die Giraffe. Hey, das Gras ist über unseren Köpfen, sagte das Natron und der Himmel nicht. In diesem Augenblick begann es zu regnen. Es regnete und regnete und regnete. Kann ich jetzt runter, Eule? Der Fluss steigt. Meine Ohren sind nass, sagte der Löwe. Also lieh die Fledermaus ihnen ihren schicken neuen Regenschirm, damit sie nicht nass wurden. Es tut uns allen leid, fragten die wilden Tiere. Musik Musik